Meine Items haben sich durcheinander gesteckt, ab und zu. Hä? Okay. Vielleicht wenn ich dich gehauen hab. Ja, das kann auch sein. Warum hab ich Jampus und Neusea drauf? Keine Ahnung. Sobald die White-Havens-A-Want-You. Das liegt bestimmt an mir. Wow. The Orange Flame? Oh, nice. Oh, wieder ein ME-System. Toll. Ich hab ja heute schon wieder eins aufgebaut. Ich kann das grad nur nicht wegmachen. Toll. Hast du keine Milch? Nee. Okay, da wischen sie sich, da sind alle jetzt da drinne. Was für ne Disk ist der End? Ja. Das ist die End... Nein, der Wischen? Die Bagger? Das ist die... Was wissen wir grad grad? Nee. Das ist die... Oh mein fucking Gott. Das ist... Klaas. Alter. Ich trau mich gar nicht hier weiter zu gehen. Ich bin nicht. Naja. Okay, Klaas. Yolo. Ich will nicht so da. Ja, nehm mal komplett alles eben rauszuspacken. Ja, eine packe ich doch weg. Ja, sicher. Na, ich spring da nicht runter. Warum? Da ist direkt ein Portal. Wollen wir gleich Yolo machen? Und rein da? Warte, ich will wenigstens die Coins wegpacken. Ich will erstmal alles, was ich soweit nicht brauche wegpacken. Ja, definitiv die Backpacks. Die müssen weg. Backpacks einfach mal wegpacken. Alles, was man nicht brauche, weg. Wie heute nochmal was anderes gucken. Ähm, Debugger. Was? Schaufel brauchen wir nicht. Obwohl, eine Schaufel kann ich vielleicht noch mitnehmen. Und was zu essen. Und die Level weg. Die Level weg. Die Level weg. Team ist noch weg. Sowas brauchte man einen Pisten. Ne, brauchte man einen Schalter, einen Hebel? Ne, man brauchte nur einen Pisten, oder nicht? Ne, man brauchte nur einen Pisten, oder nicht? Fuck ey. Ja. Warte, meine Schuhe sind auch schon fast im Marsch. Schuhe kannst du doch die anderen anziehen. Pisten. Ja, da ist aber nur Feder und Fässer vorlegen drauf. Alles egal. Und Redstone. Ach, ich nehme einfach einen Redstone Block, ich habe jetzt nichts anderes. Und wir nehmen irgendwelche Blöcke mit. Ich nehme jetzt hier so einen Stack von dem Zeug mit. Okay. Einen Bogen braucht man nicht. Einen Stable 1 und eine Feather Falling 3, aha. Mhm. Achso, hier das oben auch noch, genau. Die Twins Fortnauts, ne? Auch gar kein Mensch jetzt. Yolo. Oh, jetzt habe ich die Blöcke geweckt. Feather Falling X. Das ist kein Schaden, also. Äh. Oh, Nightmare Vision 1. Debugger? Ich habe doch gerade schon von geredet, Spacken. Ich habe doch gerade schon von geredet, Spacken. In der Corner. Also irgendwo eine Ecke. Moment von. Hm. Nightmare Version. Hm. Keine Ahnung. Ist du da geschwungen? Nein. Ich stehe hier doch noch. Ich traue mich nicht, das weißt du nicht. Hm? Ach komm. Yolo. Ich will nicht. Nein. Loll. Okay. Schwierig. Das ist sehr trocken. Und wir haben keine Bögen mit. Wtf. 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 Na klar, dass sie Garst sind?! Alter, guck dir das. Alter, wie heftig das aussieht hier. Bist jetzt hier ernst am Kreativmodus gegangen, oder? Doch. War klar, dass das hier anders aussieht. Okay, ich gehe auch in dem Kreativmodus. Aua, das tat weh. Ja, das darf mich anders gar nicht machen. Ich will mir das nur angucken hier. Was ist das denn? Ein Obsidian? Das ist einfach ein Obsidian. Aber wie geil das hier aussieht, ne? Vor allem hier ist auch so ein Loch in der Mitte. Ja, ich zerstelle mir die Dinger, dann können wir gleich den End und auch nehmen sie. Exhumid Ohr, das ist das, was wir brauchen. Ja, dann... Viel Spaß beim abküppeln. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Halt's Maul. Warum, warum gibt es in diesem Ding so viele davon? Ähm... Was? Der Knotip-Duck der Menschen ist genauso. Ich mach grad die Ender-Cross einfach so kaputt. Ja, das ist auch scheißegal, ehrlich grad. Ja, wir sind jetzt kurz sowieso vorm Mod-Pack-Ende. Das andere sind nur noch Drops, die ich eigentlich nur herstellen muss aus... ...aus sämtlichen Bienen, was arschlange dauert. Mhm. Hier kriegt er noch ein bisschen Schaden. Die kriegen auch Bienen, ne? Ja. Ender-Cross. Ich hol mir mal einen schnellen Bogen. Mhm. Mh... 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 Nein, komm her, du Kackstulle. Ja, komm her, du Kackstulle. Alter, wie viel wollt ihr noch mit mir kuscheln hier, oder? Das Geräusch, ne? Ja, geht mir auch gerade voll auf den Sack. Leck. Aber spätestens wenn dein weg ist, heißt es jetzt Difficulty, ehrlich. Ich will das Geräuschlos werden. Er ist weg. Ja, nein, nicht einspringen. Difficulty 0. Ich habe das glaube ich noch irgendwo. Weißt du, das Geräusch? Gar nichts, ja. Von der Stille? Irgendwas wird mit mir noch kuscheln hier. Ja, so ne kleinen sind hier. Tschüss. Game Mode 0. Pre-dival. Nooil. Geh hier mal das Sack raus, Mann. Kannst du das Portal durch? Nein. So. Was für ein Leck war ich. Ich mach grad das Portal zu. Ah... Wahrscheinlich sind die Höhen drin, jetzt. Ich habe Emerald bekommen. Und ein Dragonrag. Oh, jetzt müssen wir, hä, jetzt müssen wir ernsthaft die Nightmare machen noch, um das Ei zu bekommen, oder was? Also nicht. All this places I wizard, we're in the gift of the strange energy signal. Okay, Debugger. Kriegt man das denn? Die... Müssen wir vielleicht so ein Siegmeer auf den anbinden? Na ja, ist irgendwas zum Thermal Expansion. Hm? Minekraft... Debugger... Thermal... Expansion... Debugger! F**k the beast! Der Debugger, Debugger... Das ist gar nicht Creative Mode sein. Ne, 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 ne... Mach ich mich jetzt nicht, Kirito! Das war's. Achso. Ne, 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 ne... Das war's.